Man, das sind die richtigen Reifenkinder. Wir müssen Kit andere Reifen aufziehen, dann holt er den vielleicht ein. Ja, und wir nennen sie R.C.'s Wunderreifen. Ganz ruhig, R.C. Wir würden vielleicht den Hang raufkommen, aber Tess sagte mir, da oben ist nichts weiter als undurchdringliche Wildnis. Und überhaupt, wenn wir da oben ankommen, könnten doch Kit und ich einfach stecken bleiben. Na, wie schön. Schön? Was daran schön, Bonnie? Eine perfekte Gelegenheit, um ihn zu testen, den kleinen SID. SID? Satellite Infiltration Drone. Einzigartig in seiner Art. Eine hochtechnische Hutschachtel, Michael. Audio, Video und ein Hitzesensor. Er zeigt dir an, wenn es besser ist, ihn nicht zu aktivieren. Und? Hey, hör auf! One is it? Entschuldigung. Seht ihr? Er ist speziell so konstruiert, dass er zu all den Orten kommt, wo Kit einfach nicht hin kann. Und er wird auch ziemlich leicht erkennbar sein in der Wildnis. Ich kann ihn tarnen, zum Beispiel als Felsen. Sag mir als was. Aber natürlich, wir freuen uns, dass wir Ihnen dabei helfen konnten. Nicht zu danken, war mir ein Vergnügen. Was ist das? Das ist wirklich sehr schön, Bonnie. Stellen Sie sich an. Danke. Danke. Hier kommt Knight Rider. Ein Auto.